hallo und herzlich willkommen liebe eisenbahnfreunde heute zu einem besonderen let's play mal wieder aber auch einem kurzen let's play mit dem patrick schmidt zusammen und zwar wird von charlattenhausen ein kleiner kühlzug zu ihm fahren und ihn in bayern mit den ganzen sachen versorgen die wir ihm da schicken die baureihe 212 fährt uns den kleinen zug jetzt auf gleis 1 damit er beladen werden kann wir gucken uns das ganze auch mal an es handelt sich um eine stadt brauerei spaltwagen ein bayerische milchversorgung nürnberg und hacker brau münchen diese drei wagen werden jetzt hier beladen und werden dann zu patrick fahren die lok setzt noch mal ein bisschen zurück das wird nicht die lok sein die uns den zug zum patrick fährt die baureihe 212 wird jetzt umsetzen die baureihe 218 der deutschen reichsbahngesellschaft hat den zug jetzt schon abgeholt sie stehen auf drei zur abfahrt bereit und werden jetzt nach bayern fahren der zug passiert gleich eins am charlottenhausener hauptbahnhof 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020